Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Karmesin. Ja, beim nächsten Mal haben wir uns um das Gift Team Star Mitglied Boss Gedöns gekümmert. Ja, und heute wollten wir eigentlich erst ein bisschen erkunden gehen, aber ich hab mich nochmal umentschieden. Und zwar aus dem einfachen Grund, ähm, wir werden heute den Normal-Arena-Ort, also zumindest den Ort, wo die Normal-Arena sich befindet, aussuchen. Das ist dort oben. Und das machen wir aus dem Grund, wir sind levelmäßig noch auf dem Niveau von ihm. Der nächste Team Star, oder, naja, die nächste Arena, oder das nächste Team Star Mitglied, oder auch der nächste Herrscher, sind alle im Level 40 Plus Bereich. Der nächste Herrscher, den wir machen könnten, levelmäßig, wäre der in der Putzelwüste, meine ich. Der ist aber auf level 45, soweit ich weiß. Und, ähm, die nächste Arena, nach der Normal-Arena, sind alle, wie gesagt, auf level 40 bis 50, also auch weit über unserem momentanen Level noch. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob ich hier gerade richtig bin. Da liegt auf jeden Fall noch ein Item, das können wir einsammeln. Aber ob wir hier gerade richtig sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir werden schon... Oh, warte mal, da hinten liegt was. Aha. Da ist ja ein Stab, das ist ja wunderbar. Haben wir schon mal einen mehr. Für unsere Sammlung. Ich weiß, dass die irgendwas mit Legis zu tun haben werden, vermutlich, aber... Ja. Was genau? Keine Ahnung. Ich glaube, die eröffnet irgendeine Pforte, oder sowas. Oh, Rai-Ron. Was sollst du denn noch aus dem Wasser raus? Ich weiß, Wasser muss gewiss ganz schön sein gerade, aber... Nicht jetzt, ja? Äh, bin ich jetzt richtig? In welche Richtung muss ich denn? Ich muss da über den Fluss, und dann einfach geradeaus weiter. Äh, mein Orientierungssinn ist nicht vorhanden. So, ich muss irgendwie da rüber. Kann ich da auf das Haus da springen? Irgendwie witzig. Ja, deshalb... Wollen wir uns jetzt erst einmal um andere Dinge kümmern. Als, ähm... Ja, ich komm ja schon drauf. Keine Sorge. Wir gucken, wie weit wir kommen. Na, okay. Haha. Sehr schön. Ja, außerdem... Ist mein Logroko, dadurch, dass ich beim letzten Part noch... Also, nach dem letzten Part noch ein bisschen Pokémon gefangen habe in der Umgebung. Sind meine ganzen Monsten ein bisschen höher gelevelt jetzt, als im letzten Part. Logroko habe ich schon auf der 35, und das bedeutet... Dass es sich bald entwickeln wird. Und das will ich gerne noch erreichen. Okay, das ist Level 16, das wird eh keine Erfahrungspunkte geben. Das bezweifle ich mal, und ich glaube, da unten der Ort, das wird wohl der Ort sein, wo die Arena sich befindet. Und da wollen wir natürlich jetzt langsam hin. Aber erstmal kämpfen wir gegen diesen Backpacker. Mengi, lass mich in Ruhe. Du hast zwar eine Entwicklung bekommen... In diesem Spiel. Also, Schlazav hat eine Entwicklung bekommen. Er hat halt auch eine neue Entwicklung bekommen. Hier, da fahr ich. Der ist Level 17. Warum ist das so niedrig gelevelt? Wir sind noch in der Nähe von der fünften Arena. Der Pokémon über Level 30. Warum ist der nur Level 17? I don't get it. Aber egal. Ja, Girafarig ist ein tolles Pokémon, aber... Ja. Hat nur ein Girafarig. Was, wie gesagt, kein Basispoma mehr in diesem Spiel ist. Denn es hat eine Entwicklung bekommen. So, kommen wir hier runter, ohne uns irgendwas zu brechen. Irgendwie soll man regulär hier auf dieses Plateau kommen. Da unten liegt auch noch ein Item. Fliegen. Vielleicht. Oh, das ist auch noch ein Trainer. Ja, was verpassen wir denn hier alle? Ich glaube, man hätte hier schon früher hingekommen können. Deshalb sind die Trainer nur so niedrig gelevelt. Weil wir sind ja gerade mal auf dem Level der... ...zweiten, dritten Arena. Also schon, ein bisschen lame. Gut, ich meine, theoretisch gibt es in diesem Spiel ja keine Arena-Reihenfolge, ne? Aber prinzipiell schon. Dadurch, dass wir... Ja, wir werden vom Level her halt irgendwo eingegrenzt. Man, theoretisch könntest du auch schon die Eis-Arena machen, die das höchste Level hat. Du könntest auch theoretisch gegen das Kampf-Team-Star als erstes kämpfen, was... ...wie sagt er auch das höchste Level hat, meine ich sogar. Von allen Team-Star-Mitgliedern. Aber... ...das würdest du wahrscheinlich nicht schaffen. Mit einem Level-10er-Team oder so. Kugelsaat, okay. Kann es echt sein, dass man hier mit Fliegen oder so hinkommen soll? Weil ich sehe, es gibt keine Verbindung zu diesem Plateau hier. Oh, da kann man noch ein bisschen runter. Hm, keine Ahnung. Da werden wir auch nicht hinkommen. Da kommen wir! Haha! Gigasauger, nice! Also, haben wir noch wahrscheinlich kein Pomon, dass es lernen könnte? Oh, ein Mundtier. Und da hinten sind es nur Bidikert. Und ein Knilz. Na komm, wir fangen mal ein paar Pokémon hier. Hab ja beim letzten Part, also nach dem letzten Part... Wä? Warum ist das schon... Egal. Das ist das Level-29, ne? Ich verstehe es nicht, aber egal. Ich muss es nicht verstehen. So, du wirst jetzt bitte einfach gefangen und wir sind alle glücklich, ja? Ja, gut. Ein Knilzipilz wurde gefangen. Ja, gegen die wilden Pomon, das ist schon interessant. Manche Pomon auf dem gleichen Level-Game hat wirklich kaum was an Erfahrungspunkte. Und andere hinkt gegen, äh, geben dir, keine Ahnung, hier ist sogar ein Mautzi. Ich glaube, ich hab schon ein Mautzi. Ne, andere Pomon geben ein, keine Ahnung, 1000. Wenn die anderen einem nur 100 oder so geben. Mein Mautzi und die ganze Entwicklungsreihe davon ist dann nochmal was ganz anderes, ne? Oh, und das ist ein Tropius. Warum bist du so klein? Die Pomon sind alle hier so... Als ob... Als ob nur Kroko fast so groß ist wie ein Tropius. Komm, du bist Henki. Du überläufst bestimmten, äh... Einäschern. Ganz bestimmt tust du das. Ah. Okay. Ey, hörst du mal auf? Das ist wie Double Protect, oder nicht? Das ist eine Attacke wie Double Protect. Vor allem, ich hab noch nie gesehen, dass Rundumschutz, äh... Sinnvoll genutzt wurde. Hab ich irgendwie noch nie erlebt. Und ich glaub, die Attacke wurde in Champs 5 eingeführt. Oder? Kann sein. Kann sein, da hinten ist ein Mogelbaum, oder? Ich seh da hinten was Mogelbaumähnliches. Ja, hier. Das gibt jetzt 800 Erfragungspunkte. Ja, da hinten ist ein Mogelbaum. Nein. So kommt's nicht ins Team. Ich hoffe, das wäre doch auch so ein Kandidat für eine Entwicklung, oder? Oh, und der Stellar sogar. Warum gibt's hier so viele... ...coole Pokémon? What? 35? Okay. Die Pokémon sind teilweise auf dem Level der Arena-Leiter. Die wir erst noch bekämpfen werden. Okay. Holy Sheet. Warum weckst... Warum bleibst du nicht drin, Tesla? Aber das Teil sollte eigentlich gute Erfahrungspunkte geben, wenn wir es jetzt fangen. Eventuell entwickelt sich hier unser Starter dann sogar. Ey, das wär's drin. Die verdammten Ball. Also ich denke nicht, dass es sich direkt hier nachentwickeln wird, aber... Also Tesla wird, denke ich, nicht ausreichen. Boah, Mann! Du Kackding! Jetzt bleib drin! Das muss ich wieder schneiden. Okay, das war ein Critical Catch. Wunderbar! Das Androhen, das ich schneiden muss, äh... ...hat gereicht. Okay, und anscheinend war es wirklich nur ein Pokémon und entwickelt sich. Man... Starter! Ich glaube, wir werden heute nicht mehr mit der Arena beginnen. Ja, wohl, vielleicht noch beginnen, aber... Ich glaube nicht, dass wir den Arena-Kampf heute schaffen werden. Aber jetzt auch schon wieder bei 12 Minuten sind, grob. Da liegt eine TM. Eine Giefebäre. Fußkick, okay. Nehme ich. Nebelsamen. Das Spiel kommt nicht mehr hinterher, dass wir so viele Items gerade einsammeln. Eine P-Bonbon. Da ist ein Pikachu. Koaloo. Habe ich beide schon. Wohlborn, haut ab. Nein! Will ich gegen dieses Schweinchen da kämpfen. Ah, Lokroko. Warum bist du so langsam? Warum kannst du Schaufler? Er fliegt. Mann! Warum nicht? Lokroko. Du sollst fliehen. Dankeschön. Man musste sich immer erst verprügeln lassen, bevor wir fliehen können. So, und das ist ein Trainer. Wow, das Mogelbaum hetzt hinter uns her. Damit tust du deine Tarnung aber nicht gerade gerecht werden, weißt du das? So, und du sorgst jetzt dafür, dass unser Starter sich entwickelt, ja? Du hast die Ehre, die Trainerin zu sein, die dafür sorgt, dass unser Starter sich entwickelt. Hoffentlich. Level 29. Okay, auf dem Plateau da oben war es der Level 17. Dies ist Level 29. Was zur Hölle? Wir wollen uns nicht beschweren. Das sollte dann Dark definitiv reichen. Für die Entwicklung. Hörst Level ab. Wehe, wenn nicht. Ich will meinen großen Kroko haben. Ja! Du hast es geschafft, äh, Mädel, dessen Name ich vergessen habe. Na nun, Lokroko entwickelt sich. Juhu, endlich. Oh, yeah. Kilo Krok. Und das ist ein Feuergeist-Pokémon. Wie Skalabra oder, ähm... Legends, äh, Tonopdu. Der folge Vogel, der durch Skalabraus Gesang die Gestalt ändert, soll eine Seele sein, die sich, äh, in dem Feuerball aus seinem Kopf niederließ. Aha. Interessant. Ah, und Loderlied. Das ist, glaube ich, seine Signature-Attacke. Der Anwender spuckt ins Brünstig-Loderne-Flammen, als würde er singen und versenkt das Ziel. Dadurch steigert auch der Spezialangriff des Anwenders. Ja. Dafür kann einer schon weg. Und, ja, wir haben jetzt eigentlich, äh, eine sehr gute Attacke. Auf unserem Starter. Das mal richtig cool aussieht. In meinen Augen sogar der, ja, designmäßig beste Starter. Definitiv. Äh, ja, egal. Also, ich kenne die anderen beiden Starter halt auch, wie die aussehen. Wenn sie sich entwickelt haben. Vogelbaum, du solltest einfach stehen bleiben, wenn du schon Baum sein willst. Echte Bäume können nicht laufen. Coal de Luz, die herumlaufen, sieht irgendwie auch seltsam aus. Ein Patschi. Na gut, aber ich glaube. Mann, wieso liegen hier überall so viele Items noch rum? Will sie alle haben. Will sie alle haben. Was reicht jetzt? Wir gehen jetzt mal hier in die Stadt. Können wir uns hier vielleicht noch ein bisschen umschauen. Aber wenn ich nicht weiß, wie groß diese Stadt ist. Die Einblendung ging jetzt so schnell weg. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie die Stadt heißt. Aber das können wir ja gleich nachprüfen, ne? Wie heißt sie? Miss Clara. Okay. Interessant. Ja, Charinier bringt auf jeden Fall viele Erfahrungspunkte. Das kann man auch als Glück bezeichnen. Okay. Buma ist größer als er. Der Schweif ist größer als das Pokémon selber. Also der Chonk ist größer als er fast. Naja, das Problem der Städte in Pokémon. Man kann nirgendwo rein. Also Pumma, Kamesin und Popo. Gibt es irgendwas im Mülleimer? Nein, er leuchtet nur schön. Die machen anscheinend nur Werbung für die ganzen Fressbuden hier. Ist ja irgendwo in einen interessanten Laden. Zwei die ganzen... Picknick-Zahlen brauche ich momentan eigentlich nicht. Das ist ja schön. Das Picknick-Zahlen hole ich mir erst, wenn ich da auch wirklich irgendwas von brauche. Weiß, wofür die allgut sind. Man kann damit sich gewisse Buffs besorgen. Für seine Pokémon. Indignitum. Eine TM. Reflektor. Das ist jetzt irgendwo die Arena. Wird hier angezeigt. Habt ihr nichts gesehen? Also hier ist okay. Also wie gesagt, heute wahrscheinlich nicht. Wir haben eh keine Zeit mehr dafür. Was ist dafür in den Laden? Keine Ahnung. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier ist eine große Lagerhalle. Da liegt noch ein Item. Ein Hyperdrank. Und das war die ganze Stadt. Okay. Es scheint jetzt nicht allzu besonders hier zu sein. Von außen sehen die ja ganz schick außen alle. Aber man bekommt halt nirgendwo wirklich was von den Leuten. Oder man kann nirgendwo in irgendein Gebäude hinein. Also. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Man. Dass man jetzt nicht in jedes Gebäude kann. Ist ja auch irgendwo okay. Und all. Aber für was macht man dann so viele Gebäude überhaupt? Alles zur Deko hier. Hier ist alles nur zur Deko. Hier liegt noch ein Item. Lass holen wir uns noch. Ein Terrorstück. Du Stück. Du Terror. Tor Terror. Schell Terror. Na gut. Wollen wir zumindest nochmal in die Arena hineingucken. Gucken. Wer uns da wieder anquatschen will. Nur was wird heute halt mal ein kürzerer Part. Weil die Arena im Allgemeinen würde ich schon gerne in einem Stück haben. Also mit Prüfung und all. Wäre schon nicht verkehrt. Denke ich mal. Und daher wird heute der Part wohl. Mal etwas kürzer als üblich. Das kann ja auch nicht schaden. Gut. Ich glaube dann laufen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen herum. Sollen wir noch ein paar Items ein? Ah guck mal da. Boah das Teil ist schnell. Kentagra am Land. Das ist wie so seltsam. Aus meinem Ernst. Kentagra. Ja. Tentakel. Mit Beinen. Also seine Tentakel. Das sind einfach nur Beine. Er sieht so seltsam aus. Er sieht einfach nur seltsam aus. Oh. Okay. Es hält nichts aus. Das ist ja interessant. Nachtschieb. Wann willst du eigentlich endlich mal eine Flugattacke lernen ey. Äh. Die Flug. Psycho. Ja komm. Für Schlitzer. Kannst du das lernen. Was ist das Teil bist du? Da komm schon. Hä? Was ist das denn? Na gut. Ich glaube dann machen wir jetzt einfach heute ein bisschen früher Schluss wie üblich. gehen wir nochmal kurz hier rüber ins Pokemon Center und äh ja. Beenden dann langsam schon mal den Part. Das war's dann also erstmal mit Pokemon Karmesil für heute. Nicht allzu viel passiert heute. Aber muss halt auch hin und wieder mal sein ne. Bisschen herum gucken. Und immerhin. Dann haben wir die volle Entwicklung von Feuerstarter gesehen. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Na gut. Wenn euch das Video gefallen haben sollte. Lasst euch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ. Bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung. Und was euch gefallen hat. Und was nicht. Und ja. Eben wir freuen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann. Die Normal Arena angehen werden. Wo ich ehrlich gesagt keine Angst vor habe. Grundlos oder nicht. Wir werden es sehen. Bis dahin. Ciao, ciao Leute.